Ich grüße euch, ihr untoten Soldaten und untoten Soldatinnen. Willkommen zurück in der gemalten Welt von Ariamis. Und nachdem wir das letzte Mal ja nicht mehr aufstehen konnten, müssen wir halt dieses Mal versuchen aufzustehen, was wir ja geschafft haben. Und deshalb beende ich dieses Video. Okay, Spaß beiseite. Also, wenn ich nicht bald aufpasse, dann sind unsere... Ah ne, die Seelen haben wir ja wieder eingesammelt. Aber, ähm, ja, wir sind menschlich und es wäre schade, wenn wir Menschlichkeit wegschmeißen würden. So, ich habe ein bisschen Angst vor den Spartiaten da hinten. Ähm, ja, so, wir wollten ja im letzten Video genau das. Ähm, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht sterben. Trink um dein Leben. Woohoo! Wir wollten ja im letzten Video den Finstergeist beschwören. Beziehungsweise herbeirufen, beziehungsweise heranlocken. Und, aua. Und genau, wir wollten vergewaltigt werden. Oh mein Gott. Könnt ihr bitte aufhören, mich zu hauen? Es tut langsam echt weh. So, und du aua noch mal und heilen wir uns wieder. So, ich glaube das Problem am nächsten Finstergeist ist, der macht auch ordentlich Aua und wirft mit sehr schmerzhaften Dingen auf uns. So, was haben wir denn hier? Ein, ähm, what the fuck? Ist da was drin? Nein. Oh mein Gott. Da hinten liegt ein Item und noch ein Item. So, Seelekrieger. Und was haben wir denn hier? Seelekrieger. So. Und spawnen dieser Finstergeist. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube wir müssen da... Ah, da ist er schon. König Jeremia. Oder Jeremia. Wie auch immer man ihn nennen mag. Und da kommt er auch schon. Und das auf seinem Kopf ist tatsächlich keine Keule, sondern sein Hut. Und, äh, dieser Hut wird scheinbar sehr... What the fuck? Äh, von vielen Pyromantien... Äh, Pyromanten... Äh, what the fuck in dein Gesicht, oida? Ey, die hat man doch ins Gehirn geschissen, Alter. Heilen wir uns fix. Ehe er uns mit seiner Pyromantie in den Arsch fickt. Wow. Also der Typ, der macht Damage as fuck. Puh. Ich glaube meine Controller-Taste ist kaputt. Ich kann nämlich keine Gesten machen. Und so, wir haben ihm das halbe Leben. Okay, ähm... Sechs Achtel-Leben abgezogen. Nein, vier Achtel-Leben. Nein, nein, vier Zehntel-Leben abgezogen. Kannst du mal bitte aufhören uns zu bespucken? Das ist voll widerlich. Wow. Und Blutungseffekt... Äh, Scheiße hat er auch noch. So, jetzt kriegst du hart von hinten. So, und da geht er down. Mit seinem Nudelkopf. Finstergeist, König Jeremia wurde besiegt. 30.132 Seelen bekommen. Inklusive Menschlichkeit. Eins. Und da liegt die Kerbenpeitsche. Die, ähm, ja, ähm... Ich glaub auch viel Agi braucht. Deswegen brauchen wir gar nicht erst nachschauen. Das machen wir, sobald wir wieder am Leuchtfeier sind. Und, äh, das wird nicht allzu lange auf sich warten lassen, denn, äh, 40.000 Seelen, muss ich mehr sagen. So, schauen wir mal. Ich glaub, da hinten liegt noch ein Item. Und ich glaube, ich liege sogar richtig. Ja, da liegt noch ein Item. Pyramantie, äh... Äh, Sturmflut. Sturmflut? War das Sturmflut? Schreib's mir in die Kommentare. Ah. So. Die... Spatiaten kommen noch nicht auf uns zu, aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal unsere Seelen verballern. Nun gut, steigen wir auf in der Kunst der Willenskraft. Zwei Punkte. Und wenn's so weitergeht, haben wir bald unsere 50 Punkte zusammen, die wir brauchen, um... ...das zu tun, was wir eigentlich tun wollen. Nämlich Blitzschweere schießen. Und damit meine ich nicht den Blitzschweer, den wir gerade in der Hand haben, sondern richtige Blitzschweere. Solche Blitzschweere, die beim Rufen vom Drachen Shenlong vom Himmel fallen. Oder... ...wer Freund der griechischen Mythologie ist, solche Blitzschweere, die Zeus vom Himmel schmeißen. Nun gut. Wie... ...können wir das hier jetzt... ...am besten regeln? Mit den... ...Spartiaten. Wir sind ja voll bereit. Kommt ihr? Kommt ihr? Die sind nicht schnell, aber in der Überzahl. Und genau das wird uns ficken. Ihre Überzahl. Und ihr Schild. Und hässlich sind sie auch noch. Leonidas würde sich im Grab umdrehen, wenn er nicht gerade hier auf uns zulaufen würde. Und nicht mal das kriegen wir hin. So. Oh Gott, sind wir schlecht. Oh, Alter. Oh, Alter. Einer ist down. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 Gott. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. voll ausgewichen hat er es gesehen der deutsch wir haben nur noch 300 299 spartierten vor uns nicht wieder werfen geblockt glücklicherweise kommst du hier rein oder kommst du nicht hier rein ich muss aber hier weg wir müssen echten scheiß weg laufen so viele von denen gehen wir hierdurch von greifen den da mal an aus robert da ist ja noch einer die sind echt langsam die scheiß viecher aber dadurch dass sie halt wirklich in der überzahl sind sind sie total nervig meinen wir uns doch mal auch wenn wir nicht viel leben verloren haben jeder hp punkt kann uns töten beziehungsweise trennt uns zwischen leben und naja zwischen untot sein und noch mal untot sein und und ausweichen vor also so lässt sich leben ich glaube der hat braucht nur einschlag der wort mehr als einschlagen gut wo kommen die ganzen dann her so viele habe ich doch gar nicht also zwei sind ja schon tot verstecken wir uns noch mal hinter der tür und brennen den nächsten in den anderen 200 88 spartierten entgegen oh mein gott wir werden sterben haben wir irgendwas zu werfen ich glaube nicht gott die kommt so müssen wir uns mal das hier weg das können wir noch gebraucht haben wir es zu werfen ich glaube wir hatten noch die auch geküchlein ja auch geküchlein könnte uns vielleicht weiterhelfen wenn wir sie dann ins tage kriegen würden wir uns selber vergiftet wird noch mal irgendwie vergiften wir uns selber damit und wir noch mal wir haben keine ja auch geküchlein mehr das müssen wir jetzt müssen wir sie wohl mit unserer richtiger kacke besiegen bewerfen mein gott wie sollen wir hier denn durchkommen ich dachte er schlägt zu aber er wirft also ein bisschen angst habe ich ja vor diesen spartierten denn die sind ja nicht so unterschätzen und noch mal zuhauen und einer ist wieder da und jetzt ist nur noch 297 der 300 spartierten die gegen hektor gekämpft haben wie ist der hektor ich weiß es nicht mehr ich müsste mir den film noch mal angucken und nein ich habe den zweiten teil von 300 nicht gesehen das kann ja was werden ja unter deren schilden immer darüber springen aber wenn ich darüber springen dann bin ich sowas von platt so und noch mal geht doch so jetzt auch mein gott und schnell verstecken hinter der tür und heilen also wenn es gut läuft haben wir bis zum ende dieses videos alle 300 spartierten besiegt ich glaube die job noch nicht mal was toll aber sie geben naja recht gut sehen und der war auch schon auf low life und du du nicht aber aua du und aua heilen wir uns noch mal hinter dieser säule so es sind nur noch vier spartierten übrig aber ich entschuldige mich es sind nur noch drei spartierten übrig zwei gott sind die hässlich und einer ist noch am leben und die haben tatsächlich was gejobbt ich bin mal gespannt was die job ich weiß es nämlich nicht mehr ein lederschild groß ja schauen wir uns das mal an aber nein machen wir später wenn wir vielleicht wenn wir überleucht wenn wir beim leuchtfeuer sind so nun gut jetzt könnten wir natürlich noch ein shortcut öffnen bzw ja einen weiteren gang öffnen aber gehen wir erst mal hier durch und öffnen diese tür wenn sie nicht verschlossen wäre nun gut wir gehen noch mal zurück zum leuchtfeuer und will auf oder nehmen wir erst mal hier hoch und schauen was da oben ist genau ja genau nein oder doch da will ich nicht hin so ein schlag noch ins gesicht beziehungsweise in den rücken aber fast das gesicht so denn ja ihr erinnert euch ja noch an oh mein gott nicht die viecher hallo und alle drei sind so gut wir haben drei gegner auf einmal besiegt so hier genau das wollte ich noch kaputt hauen jetzt können wir zurück zum leuchtfeuer gehen ja ja und wir könnten noch einen punkt in willenskraft setzen und das tun wir auch so aufsteigen genau willenskraft 24 jay und mit 3000 seelen lohnt sich doch schon fast wieder zu sterben so reparieren wir noch unsere ausrüstung die hat ja ganz schön viel mit stecken mitnehmen einstecken müssen und nun gut das soll es gewesen sein ja ich wünsche euch was haut rein macht's gut bis deine ciao die gegner in der gemalten welt von ariamis gönnen uns nichts doch das ende rückt immer näher der weg ist nicht mehr weit bis zum gebietsboss der für uns eine mächtige waffe bereithält wenn wir diesen den schwanz abschlagen können doch hierfür müssen wir uns noch gedulden macht's gut